hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ls 22 hier im studio mein name ist master schröder und wir stehen hier an unserem feld an dem wir eine aufgabe haben wir sollen dieses feld hier aber ich bin noch mit beiden anhängern hier voll um und ausgebaut dass man sozusagen die maximale last mitnehmen kann ich weiß nicht ob ich beide anhänger brauche wenn ich nur ein brauche ist auch gut aber ich habe sie jetzt beide mitgenommen zur sicherheit ist ja immer ein bisschen sicherheit kann man ja mal ein bisschen einbauen so wir werden jetzt hier mit mir röscher erst mal dieses feld ernten dann werden mir glaube ich 45 noch irgend so ein kleines und dann mal gucken da was wir da so rauskriegen große frage ist ja ich komme hier gar nicht um hin wenn ihr gar nicht kann kann ich gar nicht reinbeißen so und ich jetzt nicht in das nachbar feld reinfahre naja dann probieren wir das mal aus hier so stellen wir uns hier mal ein bisschen die ein oder andere sonnenblume die ist jetzt leider gottes abgeknickt aber da habe ich die geschichte ist von der abgeknickten sonnenblumen habe ich bestimmt schon mal erzählt oder müssen trotzdem ausklappen von der abgeknickten sonnenblumen bestimmt schon mal erzählt dass ich mal in jungen jahren dachte mensch als kind also ich habe nur sonnenblume meine mutter war ganz stolz dass die sonnenblume da wächst wächst und hat sich ja darüber gefreut und ich habe beigespielt mit einer freundin und dann ja sagen wir mal so das ist der sonnenblume nicht gut bekommen aber die hatte dann so auf ungefähr halbe höhe dem verlust sämtlichen sämtlicher struktureller integrität zu beklagen weil der ball quasi genau durch naja und ich war dann der meinung ach komm hier ein bisschen klebestreifen trophy setzt und dann klebt das da und dann hält das wieder und dann habe ich dann einen dicken verband rum gemacht was natürlich sofort negativ aufgefallen ist und auch nicht unbedingt sehr gut gehalten hat was dann wieder zu dem ganzen problem führte die man dann am ende hatte weil man ja wenn ich mal eventuell das ein oder andere versprechen oder das ein oder andere verbot unter wandert hat aber was man gekriegt hat so nach dem motto nein du musst ja lernen du sollst nicht draußen fußball spielen löten aber so ist es halt so ist es halt manchmal im leben da macht man dinge und merkt dass später dass sie ganz schön blöd waren das nennt man lernen aber ich bin jetzt erst mal fröhlich und glücklich denn heute mal der letzte tag vor meinem urlaub arbeiten ich habe muss leider sagen bin ich ganz so zufrieden mit dem ganzen was ich erreicht habe auf arbeit aber kunst nicht ändern aber gut so ist es halt jetzt habe ich jetzt mal urlaub und bin ich bin noch urlaubsreihen muss ich jetzt sagen dass es wirklich so dass ich komplett einmal durch ihn durch den fleisch gedreht bin und mich wirklich schrecklich hüter auch also am montag was noch mit am schlimmsten und jetzt haben wir heute auch mittwoch wir kommen ja mitten in der wochen urlaub an weil ich noch ja halt eben die video produktion mit der kapotte und ich am sonntag aber schon 14 tage im urlaub unterwegs bin also weiter weg können dann eigentlich immer ein rechner zur verfügung stehe wahrscheinlich nicht mal den rechner dann nie großartig benutzen werde oder dann werden zehn tagen zehn tage ohne zocken wird wahrscheinlich werden für mich ist man nicht wieder schlimm das halte ich durch hoffe ich zumindest mal gucken vielleicht rappelt es mich denn so im fünften sechsten tag dass ich denn da vielleicht noch ein bisschen was machen muss oder will wir werden sehen ja ansonsten muss ich sagen ist jetzt ich habe ach so ich habe doch irgendwann von ein paar folgen mal erzählt von dem spiel wo ich gedacht habe da vielleicht drei folgen ich finde das ist wenn wir mal also dieses spiel hier bietet ja schon sehr viel eintönige arbeit um es jetzt mal so bin denn warum mache ich denn immer mit v hoch und mit bählern aus was mache ich denn da immer so aber es ist durchaus abwechslung da also man fährt zwar mit macht eigentlich nichts anderes als wir die ganze zeit mit irgendeinem gegenstand über eine fläche fahren und die textur ändern im groben und ganzen also wie hier jetzt ernten also von von fertig auch geerntet und dann ändert sich die textur und dann auch noch zweimal miteinander also da haben wir jetzt sozusagen der doppelte lottchen aber brain live also heißt das spiel ist ein schönes spiel muss ich ehrlich sagen also es macht vieles richtig und es ist eigentlich ist es wie die satis man fährt ein fahrzeug in zwischen orten hinterher hin und her und kann noch ware transportieren es gibt aufträge oder man sagt einfach okay ich nehme noch ein paar anhänger mit das sagen wir mal interessante daran ist das ist halt eine art stete wachstum gibt also dass den ort an dem man gerade ist und dem man da gerade sozusagen beliefert dass der dann das ist ein ets ist nicht so wäre auch cool wenn es das auch noch gebe dass man sagen könnte okay wenn ich jetzt ansässige magdeburg bin was hier in ets geht und magdeburg braucht bestimmte wahren um eventuell noch mehr unternehmen zu haben das sind neue unternehmen noch dazu kommen die man beliefern kann oder oder das unternehmen an sich wächst und bietet dann bessere aufträge an lukrativere aufträge oder mehr aufträge oder man kann eine bestimmte industrie aufbauen dass man sagt okay ich liefere alles damit sie eine raffinerie gibt oder so dass man solche aufträge hätte das fände ich jetzt in ets zum beispiel als motivation warum fahre ich da durch die gegend das wirklich nur als motivation schütze so dieses warum mache ich das würde mir das sehr viel mehr helfen als dass ich nur geld verdienen also geld verdienen das auch schön ja und dass man dann klein bin ich so ein paar und hier im lkw durch die gegend waren das ist auch sehr entspannt das ist auch wie mit mit landwirtschaftssimulator ist zum beispiel auch ein spiel uns mal richtig dann kann man landwirtschafts- und wunderbar spielen und man ist da schön entspannt bei man muss nicht nachdenken also generell klar macht man sich gedanken darüber was hier wie man wo aber jetzt zum beispiel man merkt ich kann ja über dort und die welt philosophieren und referieren und kann ja nebenbei das spiegel machen und also man kann den kopf theoretisch ausschalten oder halt benutzen in meinem fall ist beides irgendwie gleich effektiv das ist was anderes auf jeden fall muss ich sagen motiviert mich dieses spiel den zug zu vermitteln du fährst man fährt den zug also man hat jetzt nicht ein so viel zu tun muss zu gegebenen zeit halt eben die richtige abfahrt wählen man muss das richtige tempo einstellen man muss auch mal auf zufällige ereignisse die jetzt sagen wir mal relativ einfach gestrickt sind und mal tiere auf der strecke oder mal ist eine locke liegen geblieben oder mal kommt ein zug von vorne viel mehr passierte auch denn nicht und dann muss man halt eben die richtige gleiswahl treffen damit man halt schnell von a nach b kommt denn umso schneller man die waren anliefert ihnen aufkrieg dass du mir geld richten aber du hat man hat halt diesen also der aspekt da in den zug zu fahren den zug ausbauen dass er schneller fährt dass er besser wird kann man auch also sozusagen an einem motor einbauen dass man mehr traktionen hat oder anderes fahrwerk was dann besser bremst solche geschichten hat gibt auch also verbesserung optimierung am fahrzeug ist reparatur ist möglich man muss sich im treibstoff kümmern beziehungsweise elektrischen hat bezahlt man während der fahrt die ganze zeit den strom den man braucht gut aber man es motiviert mich halt eben doch sehr so sagen also ich bin dort in leipzig ansässig mal magdeburg gibt es doch nicht ich hätte noch berlin nehmen können und hannover frankfurt gibt es so als städte köln dortmund aber ich habe mich für leipzig entschieden ist jetzt nicht unbedingt aber hey und da bin ich da halt in leipzig dort angekommen das tutorial ist ein bisschen es ist nötig also man muss auch sein das spiel ich weiß nicht was es aktuell kostet meinen zwar nie oder so kann man nochmal gucken als spiel die macht für mich an manchen stellen unfertigen eindruck obwohl sie 10 ist ich glaube da steht keiner die access mit dran ist aber auch egal es macht viele sachen schon gut und so gut dass es mich motiviert dass ich es jetzt jeden abend gespielt habe ich nun wirklich abends um 22 uhr oder oder 21 uhr habe ich dann hingesetzt und gesagt aber jetzt was spielst du jetzt und dann ist denn ich habe auch den bausimulator ich habe den bausimulator noch nicht ausprobiert obwohl ich den gerne ausprobieren wollen würde aber das mache ich im urlaub dann wahrscheinlich kann ich die tage die ich noch am rechner bin und hier bin werde ich wahrscheinlich im bausi auch spielen und das weiß ich aber auch nicht ob ich das als lp mache oder ob er da weiß ich nicht ob das an mich mir vorbeigeht wie gesagt ich bin ja sowieso weiß ich noch nicht bin ich mir selber nicht sicher ob das ob das so viel fleisch hat für mich und so viel spaß im ersten bausimulator habe ich sehr gerne gespielt muss ich sagen habe da auch viel gespielt und da habe sogar zwei karrieren angefangen muss man gucken aber doch mal und dann bin ich abends wirklich darauf gekommen ach komm jetzt so setzt sich hinzu wo erst mit dem zug da rum du kannst nebenbei mit leuten im teamspeak quatschen das lenkt dich nicht ab und stört ich auch nicht das ist nicht so dass du so ein hintergrund dann weil wenn dann konzentriert eben zum beispiel wird auch denkt wenn ich das konzentriert spielt und da muss mich wirklich konzentrieren drauf weil es da halt viele dinge gibt es halt also wird oft denkt es kein bildespiel auch wenn es immer wieder sagen aber ja wenn man sich mit dem spiel auseinandersetzen will und so aber das ist auch wieder eine geschichte hat man das macht aber jedenfalls habe ich dann da auch keine schmerzen mit man kann nebenbei halt eben auch eine netflix serie anmachen man kann wirklich nebenbei also ich muss sagen ich bin ja jetzt so nun aufgrund dessen dass die queen das zeitliche gesegnet hat habe ich mir dann ach komm guckst du über crown noch mal an da kommt jetzt sowieso die 50 staffel irgendwann im november oder sowas raus hätte ich eh geguckt und dann gucke ich das noch von vorne da bin ich wieder auf stand dann weiß ich was jetzt los ist aber ich bin jetzt bei der vierten staffel angekommen aber das kann ich nebenbei einfach laufen lassen ich kann das verfolgen und muss dann halt eben also sagen wir mal audio mäßig verfolgen bildtechnisch auch so ein bisschen und muss dann halt eben nur gucken ja jetzt muss ich ein bisschen bremsen muss ein bisschen mehr gas geben und dann hier mal ausweichen und dann mitarbeiter hat man auch die mitarbeiter muss man aber diesen doof die muss man wirklich einzeln steuern ist nicht wie bei ets art ist dass man sagt hier mitarbeiter fahrzeug leg mal los ich nehme geld von dir ein also die muss man dem muss man schon richtig fest sagen fahre jetzt von zum beispiel leipzig wald nach berlin segewerk und ringe dort holzstämme hin und dann sagt man ja und wenn der holzstämme hat das macht die nächste tour und ein paar bretter und fahren mit den brettern mal in irgendeine stadt und die verdiener stadt ab weil die städte nehmen bretter an da gibt es also das ist ja auch das cool ist könnte ja noch weiterführende industrien geben also ich sag mal das vielleicht das vielleicht das biel bietet sehr 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 viele möglichkeiten für noch sachen dazu neue industriezweige weiteres gleisnetz dass man gar nicht so viel also man muss immer immer die relation sehen zum bahnhof zur strecke zum nächsten und so weiter also wie das alles so ausgebaut ist also da gibt es sehr viel viel zeug das spiel ist nicht unbedingt sehr positiv gewertet muss ich sagen kann ich aber nachvollziehen warum es ist ach das steht meine zweite aufgabe die ich heute machen wollte weil und ja kann ich auch nachvollziehen der geneigte simulator fan und bahn fahren waren simulation spieler natürlich im grunde auch der realismus ist jetzt nicht zu 100 prozent gegeben was die signale aussehen angeht wie die signale funktionieren und alles solche sachen also da muss man sagen ja da hat das spiel nachholbedarf oder beziehungsweise da kann man es noch besser machen aber der erste ets war auch grauenhaft also was das dann ging steht es dann alle gleich aus die betriebe waren die die also wirklich die abladung aufladestationen waren fast immer identisch hatten bloß ein anderes schild dran und so ist also da kann man sagen okay klar logisch erste ets ich weiß gar nicht wenn er rausgekommen ist hat damit jetzt nichts mehr gemein oder germantruck simulator oder wie die denn alle hießen damals gab es ja dann verschiedenste version dann sie irgendwann auf ets geeinigt aber es hat potenzial und es hat sehr gutes potenzial und das gefällt mir sehr gut und deswegen wollte ich euch das kurz mal erzählen dass ich es gut finde wie gesagt im sinne dessen also ja für 55 wenn jetzt play ist es halt eben ich habe jetzt hier so mein quatsch und mit euch quatschen kann über alle alle anderen dinge außer über dieses spiel oder spiele oder halt immer ab und zu meine pläne erläutere was ich jetzt vorhabe und sagen und hier und da und dann aber nebenbei spielen halt und quatschen so ein bisschen ja noch so ein spiel das kriegt ja nicht voll die quatsch stimmen dann ist dann irgendwann ist dann ist dann auch mal erzählt und dafür bietet dazu wenige netz play sonst nichts aber auf dem stream oder so muss ich mal gucken das ist noch schlimmer das einzutakten bei mir dass ich das alles sauber hinkriege dass ich noch die zeit dazu habe und leider gott ist es meistens so dass manchmal dann bestimmte sachen noch anliegen die inzwischen durch am abend kommen oder sagen wir mal telefonate noch zu führen dies das ananas also da kommt immer wieder was neues dazwischen weswegen ich dann immer davon abziehen dann stream zu machen weil ich nicht garantieren können dass ich die volle zeit dabei bin und mit voller also auch nicht ganz so voll mit allem was man eigentlich dazu braucht um dabei zu sein arbeit und ja das will ich halt nicht also wenn dann wenn ich zu machen möchte ich dann irgendwie wissen ja okay jetzt auf die nächsten vier stunden auch absolut zeit dafür und kann mich da voll drauf einlassen es kommt nichts dazwischen keiner keine andere sache erledigt sich und so und die zeit habe ich oder müsste ich mir mehr nehmen um es korrekt auszudrücken also haben tue ich sie sicher weil sonst könnte ich nicht abends 22 uhr noch mal drei stunden mit dieser europäischen zucht wieder durch die gegen fahren und dann wieder total verpennten nächsten früh sein um zu versuchen dann einigermaßen wie ein mensch auszusehen ist nicht drin aber man versucht ja trotzdem jeden morgen also solche sachen ja er muss ich gucken aber wie gesagt dafür wäre das glaube ich mal was dass man da vielleicht auch den direkteren kontakt mal wieder hat oder was wir gucken aber ansonsten spiele schön train life heißt es der railway simulation oder train simulation weiß nicht mal wie das heißt aber railway simulation ist echt niedlich gemacht ist es schön also nie was es nicht ist schön gemacht man kann dort die züge selber fahren halten also es ist dann halt wirklich also eigentlich die ets bloß auf schiene und es kuli macht also macht viel richtig und ich hoffe dass die hersteller des spiels oder die ersteller des spiels am ball bleiben und dabei bleiben eventuell im zweiten teil machen der besser ist oder und das wäre natürlich auch noch eine gute option für die für die programmierer dort oder für die gruppe die das spiel sozusagen bearbeitet und erarbeitet haben wird ein größeres studio welches erfahrung hat mit transport simulation und wo die drücken mit transport simulation und ähnlichen auf sie aufmerksam und kann er noch weitergeben und oder auch wie man eine map richtig aufbaut wie das das ist eine gewisse sinn ergibt und diese fahrt strecken das ist alles so ein bisschen zueinander passt ein bisschen homogener ist weil da ist durchaus verbesserungspotenzial vorhanden im spiel und da können die ruhig da können können die jungs durchaus noch dinge mit verdienen also besser machen ja also das ist das ganze was dahinter oder was ich jetzt so die letzten armen gespielt habe und ich wollte euch mal kurz erzählen weil ich glaube der ein oder andere der hier zuguckt das auch gut findet oder finden könnte es hat kein multiplayer das ist sehr schade weil ich habe auch chaos da rein gequatscht und der findest auch ganz gut und wenn man dann multiplayer hätte wo man dann zusammen für eine firma arbeitet das ist ja alles auch extern was cool ist ja aber ist halt eben auch nicht so ein multiplayer wie man multiplayer an sich sieht dass man dann halt eine firma hat und ähnliches oder das gesunde bausie haben beim bausie bin ich mir nicht sicher sagen da krieg ich bestimmt kein reingequatscht bei denen kostet ja auch wieder doch deutlich mehr 39 euro oder so was oder 35 dann doch schon wieder ein bisschen mehr an kosten wo man dann auch erstmal muss es jetzt sein naja gut ich glaube das verlegen zeige ich jetzt nicht wir werden jetzt noch ganz kurz was anderes fertig machen das hier mal abstellen wir jetzt ganz kurz hier noch fertig kalken ich musste dreimal kaufen da die neuen flächen wirklich sehr sehr viel kalt gebraucht haben um auf stand zu kommen aber und das wird man gleich sehen in der in der grafik und in der karte es gibt oben auch einen ort der zu stark gekalkt ist bin ich sehr interessant was ich auch interessant finde ist dass anscheinend nicht alle weltfläche als weltfläche noch nicht erkannt wurde da muss man vielleicht mal gucken wie wieso das so ist sieht man da diesen komischen streifen der da ist das ist keine feldfläche der braune und auch der seite ist da keine feldfläche zu sehen also entweder das da noch nicht akzeptiert dass das eine feldfläche ist vielleicht muss ich dann noch mal drüber fliegen das müssen wir uns mal angucken also hier ist ja eindeutig feld und das ist auch so viel was als nicht feldfläche erkannt wird es schon erstaunlich ist also da sieht man da konnte ich jetzt so ordentlich noch mal kalklos wären da werden gleich richtig richtig raus gehauen ja hier war meine kalkerei am ende aber ende mit dem kalkulator so okay auch nicht gut und wie gesagt ich weiß nicht ob er das als feldfläche nicht sieht und uns deswegen auch oder mir denn die dazugefügte feldfläche größer vorkam als das was wir dann nachher am ende dort gesehen haben aber es ist erstmal okay und wenn dort was wächst und wir dort spritzen können ähnliches soll das ja klappen und wenn er sich dann darüber beschwert wie das feld dort ist also wir könnten ja mal auf so eine stelle hinlaufen und mal gucken was er sagt zum feldzustand da aber da überhaupt davon ausgeht dass der feld zugleich ja dann haben wir hier alles erst mal soweit vorbereitet von den neuen feldern hier wird raps drauf gesät im nächsten monat dieses feld werde ich erst dem in dem monat fertig machen wenn ich auf dem raps runter habe dann kann ich da auch ganz in ruhe mulchen und dann kann ich auch die ganz lange strecke durchfahren für alles und muss da jetzt nicht ein halbes feld erst machen dann beim nächsten mal die andere hälfte dass auch der plan dort an dieser stelle erläutert so also wir wollen jetzt mal ganz kurz gucken ob der da oben auch gar nicht fällt erkennen also wenn wir hier mal quer laufen bin jetzt irgendwann zwischendurch sagt immer auf dem boden gucken ist gar kein feld oder wir kriegen keine feld info war ja quasi hier am rand ja die ist perfekt was schlecht aber wir haben keine feld info gehört dir ach so und die fällt informer nicht weil keine frucht aber auch nichts drauf steht ok 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 also ich hatte auf jeden fall ein ph wert und bis als position farming als feld erkannt also sollte eigentlich einigermaßen gut funktionieren gut dann ja wie es schlecht ob hier stehe ich genau drauf nur da wo schlecht ist vielleicht das auch so aus wird sie so schlecht ist dass er mit einem mal drüber fahren das gar nicht bis an ihn konnte wir werden sehen das wird sich zeigen über die zeit gut da würde ich sagen was das ist dafür heute ich werde mit mir schauen um einen anhänger verlegen werde gucken ob ich den hafer loswerden wir gucken mal ganz kurz ob es noch weitere ernte aufträge gibt gibt ja noch felder hier ne nix neues also wir haben jetzt der feld acht gemacht das ist das teuerste schon mal müssen das ganze amt sonst pharma market abgeben da kommen wir dran vorbeigefahren wenn wir losfahren also da kann ich denn den hafer ganz gut loswerden und ja bei den beiden weizenfeldern den weizen werde ich dann schon in einem hänger unterkriegen beziehungsweise ich kann ja über den hoch fahren hier traktor und eventuelles übergebliebenen hafer in unser lager kippen gut dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten folge sehen wie ich die aufträge fertig mache also die beiden ernte aufträge reich dann also machen verlegen und dann ich bin am überlegen ob ich ein helfer einstelle der mir jetzt hier schon die zwischen frucht macht oder ob ich das selber machen aber nicht ganz sicher aber das ich denke mal ich werde selber machen weil wir haben noch zeit braucht kein helfer und die zwischen frucht ansehen jetzt auch nicht so wild dann machen nämlich zwischen frucht danach grober mir wir machen jetzt kein schnitt mit gras auch wir könnten aber machen wir jetzt nicht das machen wir erst immer das feld da oben sozusagen fertig bearbeitet haben und da das erste mit der gras drauf ist das heißt also asmi aktion wird diesen monat nicht stattfinden erst einmal den nächsten monat plus drei monate wir müssen dieses jahr noch einmal schneiden können wir können ganz kurz im kalender gucken wenn ich im nächsten monat den kalender da wenn ich im nächsten monat das gras aussehen august dann hat es in september oktober november zum wachsen dann hast du bis drei monate gewachsen dann kann ich im november noch mal einmal das feld schon mal ab ernten vom gras das ist okay das geht und dann erntezeitraum und wachstum der wachstum ist bis november 6 märz muss nur im wachs gras genau hier in den drei monaten nicht dann passt es ja august angesehen september oktober november schnitt gucken ob es klappt wir sehen uns beim nächsten mal bis denn tschüss schauen wir uns beim nächsten mal bis denn tschüss